oh mann oh mann aua das hat weh getan moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 ich begrüße euch zu einer neuen runde call of 2 die äh gay tourney live ohne multiplayer und da drin ist sogar ein kleiner klitscher seht ihr das mann oh mann viele haben sich ja immer gewundert wie kommt man denn da eigentlich rein wie kommt man da rein das ist nämlich ein glitsch den ich euch sogar zeigen kann wenn ihr wollt aber hier weil ich das bestimmt nicht tun hallo ganz mich mal bitte in ruhe lassen ja vielen dank auch du kleiner klitscher wie ich diese glitscher hasse die sind ja schlimmer als die hacker die klitschen sich überall rein widerlich 1 da hilft nur 1 leute weil wir gehen einfach in eine neue welt in der erst vielleicht deutlich schöner ist habe ich das eigentlich schon mal gemacht einfach so eine welt gewechselt mit einem spiel ich glaube noch nicht ich glaube noch nicht ich glaube noch nicht also was haben wir denn hier alles game in vt oder wie das heißt hier game in vt und drifterlp hat mir ein high geschrieben dann schreibe ich dir kein high zurück sondern ich schreibe dir ein moin zurück das ist mein absolutes lebensmodo hier ich wollte noch totti totti in die freundesliste schicken muss ich noch machen und zwar muss auch totti eine freundesanfrage schicken kennt ihr wahrscheinlich alle ninja totti der redet etwa so ja hallo meine freude jetzt mal wieder euer totti live und in farbe er ist aber ein ganz korrekter typ ist ein guter freund von armonente und ja 50 cent 50 cent oh mein gott anekehnt dich anekehnt dich anekehnt dich hat oh mein gott digger 50 cent das gibt's gar nicht ok konzentration hier boah sind aber viele leute drin penner der fährt einfach hier los der fährt einfach los man wie ich sowas hasse eigentlich es geht hier so ein chill spiel und es werde noch willkommen zu westplay walking dead meine damen und herren oh shit wie zombies haben die überhand gewonnen und ich bin hier ganz alleine in der welt so was will dieser affe da vorne erfahren erfahren er bleibt vor mir weg sage ich hier gute lass mich in ruhe oder helikopter der ist meine einzigste rettung in dieser schwierigen zeit jetzt ist das große schicksalsding hier jetzt muss ich in den heli rein bevor mich dieser appe abknallt oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh schild um rennen hier bild um w Quite schild um Renden oh gott uhr alter das ist episch p Aggregate renne renne rennen 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 renn rennen 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 freig Tommy Venet rennen hoch hoch mit ihr hoch mit ihr hoch mit ihr nein scheiße die haben mich abgeknallt diese blöden blöden leute oh manu mal das hat mich aufgeregt das war knapp es war so hauch dünn ich hätte fast das ding gewonnen ich hätte stehen bleiben sollen wenn er uzi drauf schießen sollen und die abknallen sollen aber ich hab's nicht mehr geschafft ärgerlich ärgerlich johnny ist das man was wollen die von mir okay soll ich mir die hunde natürlich nicht vorgestellt dass die mich jetzt alle gleich jagen tun oh gott ich bin der falle wieder hoch und das wiese mich kriegst du nicht oder kommt der vorstieg steht doch endlich okay und wie wollte ich gar nicht gut an mitten in der nacht scheiße ist das jetzt nobody tricks ich würde am liebsten mein playstation 3 controller hier an den fernseher schmeißen aber da konnte ich gar nicht mehr kommentieren das wäre auch nicht die lösung blöder zombie stirbt doch endlich wenn ich jetzt sterbe muss ich mir einen plan b einfallen lassen heißt mir irgendwo ein panzer oder so lauf doch lauf doch lauf doch lauf doch lauf doch ach scheiße man das gibt ja nicht mal los hier das wollen die von mir wirst du stürze wie zu stress so gut wir wollen hier weg jetzt lassen wir jetzt endlich in ruhe hier mein gott leute ich träge ich mich ja wieder auf was ich gar nicht will autoreifen liegt auch schon bereit hier so die mafia hat hier schon ordentlich autos und aneinander genommen ich bin so wütend hier guck mal ich reiß jetzt alle mülleimer um so gut dann vorne ist eine waffe die sieht sehr gut aus jetzt weiß ich gar nicht ob ihr überhaupt aussehen konnte ist nämlich mitten in der nacht und ich spiele eigentlich hauptsächlich niemals in der nacht weil ich eher ein tag aktiver mensch bin aber auch nachts ist es doch mal schön das ein bisschen unheimlicher so spielperson ich sehe gerade das spielpersönchen ist deutlich zu klein jetzt seht ihr das bisschen größer weil jetzt gehen wir mal ein honkers rein honkers das steht für nutten das steht für kippen und das geht für eilen genau 6 da muss man rein da gibt's frau der gibt's loga bier alles was das herz begehrt das mache ich ob kein bodyguard da steht so jetzt gehen wir mal in den strip club rein alle die nicht 18 sind müssen jetzt ausschalten polizei ok scheiße die noten haben sich alle schon ein bisschen verpisst gut aber das geld nämlich trotzdem mit bombensichere kasse hier so abo cool ist weg gott sei dank jetzt laufen wir hier wieder durch die blöde stadt aber finden wieder mal keine person die wir abnehmen können da vorne läuft jemand da vorne läuft jemand jemand das sieht aus wie ein bulle ach miss die shotgun schießt nicht so weit noch ein neuer versuch hier die schüsse fliegen hier schon aber er ist noch ein bisschen zu weit aber ich sehe ein neues auto leute gott sei dank ich dachte ich muss hier ewig rum rennen und finde ich einfach nichts aber das wo lauf ich denn hin gott damit hat mich echt ja ein bisschen ein bisschen hier ein bisschen das sind hier verlaufen das sieht sehr schön aus oh nein leute schaut euch an joker play mein gott wer kennt joker play warum muss er immer kicken was bringt das und das ist genau wie erfahren mein gott muss das denn wirklich sein kleine kinder meine fresse so geil die geile karappenstadt ja jetzt wollen wir los mann joker play ging jetzt bitte nicht auf die muschi obwohl ich keine muschi habe sage ich das trotzdem was ich stumm schalten hier oben mann so es gibt es weiter leute jetzt haben wir mal ein mega stand hier fixer gut auf die aufnahmezeit acht minuten schon mein gott die zeit geht auch mal echt vorbei hier in der kleinen stadt so ich sage auf jeden fall tschau leute ich hoffe dieses kleine let's play hat euch gefallen Let's play grand theft auto the blade of gay tony ich sage tschau leute haut rein bis dann tschau Gute Nacht meine Freunde 5 4 3 2 1 2 3 Vielen Dank.